Einsteiger in der Karre. Okay, jetzt zum Fliegerli. Komm, ich fahr. Du fährst? Ich kann schon fahren. Musst du mit der Sago langen, dann machen wir das. So, Ficky. Geh mal die Schlüssel rum. Jetzt schuhe es. Ja, wir holen eh gleich einen Hubschrauber, wir fliegen zum Rebellenlager. Wir müssen den Funk nochmal gleich mal abändern, gell? Ich bin in die richtige Richtung. Ich weiß wieso. Die ist in die falsche Richtung, oder? Ich bin nicht gleich dort. Ihr seid Burschen, es grüß euch. Hey, sag mal, ob du behindert bist. Aussteigen. Hey, sag doch mal, da kriegst du auf die Frenz, du. Wir brauchen einen Hubschrauber und müssen hier schnell weg, ey. Alter, wie aggressiv. Hol doch die Polizei, Junge. Oh, 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 oh. Alles gut, alles gut. Wir müssen hier schnell weg, Leute. Das ist doppelt, hör mal auf zu gucken. Ja, das ist wegen Fikki. Ich würde gerne mal Langfunktaste. Nein, nein, deswegen beim Fikki doppelt, weil wir im gleichen Raum sind. Achso, schön, da war was. Das ist ein bisschen blöd. Wir sind ja hinter deinem Screenscreen, ne? Schnell, Leute, ich hol den Hubschrauber, wir müssen weg hier. Dann holst du was. Los! Ja, ich hol. Werf die Schlüssel vom Auto weg. Weil ich hab die dir gegeben, sonst ziehen die, was ist ein Auto oder so. Ja, mach ich. Komm rein. Die sind schon drüben. Schlüssel. Humor. Starte. Ja, die hier, die kommen. Wir müssen hier weg. Rein, 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 komm weg. Scheiße. Ey, sofort aussteigen. Ich kann ja dich kontrollieren. Der ist kaputt, Junge. Der ist kaputt, der ist kaputt. Boah. Oder die Polizei, Junge. Alles easy, schaff mal. Echt? Ich leb noch. Ich hab's überlebt. Was ist da kein Auftrag? Der ist ausgestiegen. Du bist erschossen worden. Ich bin abgehauen. Ich verliere extrem Sprit. Warte, ich muss erst mal ins Rebellenlager. Oh, f***.